Die Mirupol AG in Rüthi ist Ihr Spezialist für Beschichtungen, Beschriftungen und Montagearbeiten. Ganz gleich, was Ihr Wunsch ist. Wir beschichten, beschriften und montieren große und kleine Teile aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Holz, Glas oder aus anderen Materialien. Die gründliche Vorbehandlung ist Grundlage für eine professionelle Lackierung. Alle Teile werden zunächst gereinigt oder sandgestrahlt. Mit unserem Plotter können maßgeschneiderte Abdeckfolien nach Zeichnung zugeschnitten werden. Jetzt können unsere Spezialisten ihre Teile pulverbeschichten. Ein lackiertes Teil ist gegen Rost geschützt, hält dadurch länger und sieht besser aus. Bei der Nasslackierung werden kleinere Werkstücke in einer speziellen Vorrichtung lackiert. Mit unserer eigenen Farbmischrampe mischen wir jederzeit für Sie die richtige Farbe, Naral oder NCS. Wir lackieren Teile bis zu 8 Meter Länge für Sie in unserer staubfreien Kabine. Außerdem geben wir unser Wissen an Lehrlinge weiter, die eine Ausbildung als Industrielackierer bei uns absolvieren können. Unsere Siebdruckspezialisten beschriften ihre Maschinenteile mit ihrem Logo, technischen Daten oder mit ihrer Werbung. Für den Mini Cooper produzieren und montieren wir die hintere Zierleiste. Die Miropol AG verfügt über ein umfangreiches Rohmateriallager. Zur Qualitätssicherung wenden wir ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO an. Unser Just-in-Time-Service holt und bringt Ihre Waren flexibel und schnell. Bei uns erhalten Sie Lösungen aus einer Hand. Miropol